Ich muss schon, Minecraft fängt das nicht so. Ist das ja immer komisch. Oh nein, was heißt? Au, nein, mein Gott. Ach, das heißt so. Ich weiß nicht, was ich hier richtig versuche. Oh ey, ich schrei doch Harmon. Schein wieder, Karrer. Ach so, die Halle. Whoah? So, ist es. Ich komme einfach aus, da h am Gesen. Nein. Ich j en wieder so an Geese. Ich bin ein Gräser expert. Nein, in Bl難 und ich will ja nicht schon wieder so an Geese. Ich will nicht jetzt schon endlich mal wissen, etwas kann ich evolution boys. Je Mile commen qu! Ich bin irgendwie schon ganz gleich. Ich Peru respects. Aber wie soll ich das nicht? Ich schmeiße mit Butter Ich schmeiße im Allgemeinen Alles wird gehabt Komm mit Butter Mit Butter Auf Einander Oh Oh Abgericht ich habe Die Gäste Be Holding Verachtung ... Wir haben die Flucht Jetzt wissen wir ob wir spielen Wer eternaln Melonen kannst Ähm, Melonen-Diffel eigentlich Unsere großen Schaden an Brücken von Sonnenblumen! Nein, wenn ich schon so einen sehe... und so einen... Naja, vergib mir die Lust! Nein! Ich geh, ich geh, ich geh. Saat mich, schau mal, was mir jetzt hin ... Schzähne den Garten zu machen! Ach der... Laden. Gucken, hallo! Spann! Nee, gut. Guck mal, wir können so raus. Eh? Gut, dann mach mal das letzte Level ja... Volle zu... Ha 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 ha! Ha 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 ha! Komische Lacher! Die will ich diesmal nicht vergessen! Gleich eingepackt! Den ja auch! Die! Aber ich denke, die wir jetzt am liebsten mitnehmen! Mitnehmen! Und den die und den die oder was? Was? Wo immer! Ein Chalapendon! Aber wie lasse ich mal was anderes? Ne, weil ich weiß, dass ich die eigentlich nicht unbedingt jetzt vermuten werden kann! Oh, ich nehme die Jala- Ach, Chalapendon! Ich kann doch mal das... Kann ich nicht aussprechen! Ne, gut, was jetzt? Einfach mal... Und stoppen wir mal ins Vorletzte, oder? Wenn ich mich nicht täusche, ob auf dem Dach weiß ich, dass das Ende war! Was weiß ich nicht... Ich bin mir nicht weg. War das anderer, von mir bis zum anderen, oder? Grodd?! Ich bin kein Z55! Wie dieses Z55! Ich weiß nicht, dass... Ich bin kein Z55! Schau! Ich bin kein Z55! Ich muss aber vielleicht schon mal, nein, was ist das? Wann. Ich bin so ein Lerner. Ich bin so ein Lerner. Ich bin so ein Lerner. Ah, ein Diamant! Oh, so kann man da ein Diamanten bekommen! Ist ja lange lange her... ...dass die so spendabel waren! So, oh, Sonny, Sonny! Entschuldigung! So, und jetzt brauche ich hier ein Weihnis an? Entschuldigung! Ich brauche schon eins weiter! So, ich frage mich gerade, welche ich hier bauen will. So, ich frage mich gerade, welche ich hier bauen will. Das stimmt nicht komisch. Naja, oder? So, eine. Noch ein Diamant? Oh mein Gott! Warum sind die denn echt zwischen dem Dabu? Wow! Jetzt, wo sind die eigentlich ganz schnell rum? Ich müsste hier reinfallen! Ein tolles Spiel! Eindeutig tolles Spiel! Na ja gut, ich freue mich! Na ja, ist wirklich ein cooles Spiel! Gut, dann... ... mit der... ... mit der Guttum komm ich ja am Ende. Ich nehm's einfach mit der Guttum. Mit der Gutmachung? Also da! Kann ich schon mal meinen. Wenn nicht, hab du recht. Ah, doll. Warte, mein grünbild wird hier grad. Ah. Oh, das kann sie grad, damit kann man alles essen. So, Moment, 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 Moment. Und zwar denke ich so, naja gut. Was macht der eigentlich da? Oh, dankbar. Nein, jetzt kommt die Ersche. Die Jalapeño helde ich mal kurz auf. Nein, ja, schneide ruhig wieder. Vielleicht ist hier wohl nur eine Pot Vielen Dank.